Hallo Freunde und Willkommen zu einem neuen Lego Video. Heute zeige ich euch die Malevolence. Direkt mal vorab, das war mein erstes größeres Star Wars Set und zwar ist es noch aus der Zeit, wo ich noch mit diesen Sachen gespielt habe. Die Seite von der Malevolence ist vollständig, also sprich dieses Auge und diese Platte da hinten. Was nicht vollständig ist, zeige ich euch auch direkt, ist hier einmal da oben fehlt ein bisschen was. Dann fehlt hier dieses Glasauge und ich drehe die mal. Einmal drehen und hier diese Platte fehlt. Ansonsten ist das ganze Ding vollständig und hier ist noch ein random Teil dran und hier fehlen generell auf der Seite, die Seite ist nicht komplett, da fehlen generell ein paar Teile. Deswegen schauen wir uns eigentlich hauptsächlich die Seite an. Ja, ich würde sagen wir gönnen uns auch als erstes Raumschrift, bevor wir zu den Minifiguren gehen. Direkt aufs Seite. Wir haben einmal hier die Ionenkanonen, die können hier aufklappen, dann könnt ihr das so drehen und hier ist so ein Abzug. Dann feuert ihr diese Dinger eigentlich raus. Eigentlich mit ein bisschen Schwung ist das alles ein bisschen eingerostet hier. So, ich baue hier einmal wieder rein, dann ist es vollständig. Dann könnt ihr hier hinten aufmachen, da sind so Züge drin eigentlich, die kennt ihr ja aus dieser Clone Wars Folge, die hier drin fahren. Die sind auch nicht mehr da, deswegen machen wir es ganz schnell wieder zu. Und dann können wir das hier abnehmen, das ist eigentlich da hinten noch fest, aber dieses Teil ist ein bisschen loser, deswegen scheiß da drauf, ganz ehrlich. Ja, hier drin ist ein bisschen Kommando, Zentrale und Brücke ausgebaut, aber das Ding ist eh meistens zu und steht irgendwo unten im Regal. Ich meine, die Seite ist ja vollständig, das heißt, das ist die Sichtseite, Freunde. Mit der Seite, schau ich, könnt ihr das anschauen, in dem Regal. Die andere Seite lassen wir mal außen vor. Hier und da fehlen ein paar kleine Teile. Von hinten zeige ich es euch nochmal. Vollständiger Antrieb ist da und von vorne ist es auch nochmal schön zu sehen. Es sind auch diese kleinen Lichter mit drin, die sieht man ja auch in der Clone Wars Folge. Und die Spitze, ich finde, ich weiß nicht, ob es so ist, aber die ist ein bisschen gebogen, irgendwie, wie in der Original auch. Ja, das war es eigentlich zum Schiff im Grunde und Ganzen. Hier ganz kurz im Hintergrund sind schon mal zwei neue Sets, die ihr euch noch erwarten. Einmal ein X-Wing und einmal ein Imperial Shuttle, aber dazu irgendwann mehr. Ja, das war es eigentlich zum Schiff. Kommen wir zu den Figuren. Es sind ein paar geile Figuren dabei. Es sind auch die wichtigste Figur, sage ich mal, ist dabei gewesen oder habe ich noch. Eine Figur habe ich leider nicht mehr. Und zwar ist es ein Kommandodruide, also sprich ein Druide mit einem gelben Punkt. Der ist leider verschollen, aber darauf kann ich verzichten. Dafür ist eine andere Figur dabei. Unter anderem haben wir einmal Padme Amidala in Clone Wars Design. Die Figur meine ich aber nicht, aber die ist, glaube ich, auch exklusiv hier in der Malevolence drin. Dann haben wir einmal einen ganz normalen B1 Kampf Druiden und wie gesagt, da wäre noch einer dabei mit einem gelben Punkt und einem gelben Kopf. Das wären Kommandodruide. Dann haben wir General Grievous dabei, auch in der Clone Wars Variante, in dieser braunen. Der Grievous aus seinem Starfighter, aber genau dasselbe ist auch hier in der Malevolence, weil der Original Malevolence Grievous, den habe ich selber nicht mehr. Den habe ich damals getauscht gegen eine Ahsoka-Minifigur getauscht. Dann haben wir Anakin im Clone Wars Design auch dabei. Auch sehr geil, die Figur. Und dann einfach Count Dooku im Clone Wars Design. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob der noch exklusiv in der Malevolence ist. Aber ich glaube schon, den gibt es nochmal in Episode 2 Design. Aber ob er im Clone Wars Design jetzt exklusiv in der Malevolence ist, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber er war auf jeden Fall exklusiv, ob es immer noch ist, weiß ich nicht. Gebrochener Lichtschwertgriff, sehr, sehr geil. Ja, das sind alle Figuren und das ist das Schiff. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Wir näherten uns übrigens am Ende der Sets, die ich schon habe. Jetzt fehlen noch die Twendier Sets, bis auf die Slave 1, die haben wir ja schon. Und dann geht es damit weiter. Und dann schauen wir mal, mit was es weitergeht. Ja, bis zum nächsten Mal und haut auf jeden Fall raus. Tschüss.